Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Be Happy mit dem Nimlalos Puh, Hi! Na? Und mit mir Salernis mal wieder. Ja, also wir haben jetzt eben ein bisschen durchlaufen lassen, primär waren wir eigentlich nur auf K. Strom ist jetzt fast überall voll. Wir haben jetzt hier auch ein bisschen Koppel gesammelt, was hier aber nutzt werde um hier mal auszubauen. Weil ich habe keinen Bock hier runter zu fallen. Du darfst drüben weitermachen. Also weiter Koppel sammeln und die Baumpasschen größer machen. Bäumchen fällen. Ja, so. Gut, das heißt, ich kann mir mal kurz Brot nehmen. Da. Knabber, knabber, knabber. So, das heißt, wir können mit den Quests weitermachen. Und zwar einmal, hier brauchen wir 16 Gravel. Das heißt, wir müssen Koppel in den Pulverizer hauen. Und da kriegen wir Sand raus und mit, ich glaube 10% Chance auch Gravel. Boah, warum muss ich jetzt aufstoßen, verdammt. Bitter. Ja, so. Dann können wir hier mit 256 Koppel abgeben, dann kriegen wir sehr viele Bienen. Bitte den Industrial Apiary nehmen. Ja, dat. Und ich mache mal eine neue Kiste für die Bienen. Warte. Ja, gut. Ne, dann will ich gleich anfangen, ein bisschen zu trennen. So. Äh. Was mache ich da eigentlich für den Scheiß? Was? Rassentrennung in Minecraft? Warum Rassentrennung? Einfach so. Hat grad irgendwie gepasst. So. Dann nehmen die Bienen auch noch alle weg. So. Äh. Und hier. Du darfst nochmal Koppel sammeln, weil wir haben nämlich nichts mehr. Und es wird schon wieder Nacht. Oh ne. Scheiße. Gut, die Energiezellen sind voll. So. Auf jeden Fall, wenn man jetzt zwei Bienen zusammentut, kommt eine andere bei raus, die kann es kreuzen. Im Advanced Mutatron, also den Mod von Genistry, hat man immer 100%ige Chance. Wenn man es normal macht, hat man nur eine gewisse Chance, dass da eine Mutation bei uns steht. Ergo, dies ist einfacher. So. Verkostet aber immer dieses, ähm, ich glaube Genetic Lapware heißt das. So. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Common Queen raus. Und die müssen wir hier, glaube ich, wieder abgeben. Genau. Genau. Genauso wie ein Mutagen-Producer und ein AdWords-Mutatron, die wir weit zufällig doppelt haben. Aha. Hm. Ich frag mich nur warum. Ja. So. Puh. Da wär ich fast runter gesegelt gerade. Dann brauchen wir den Genetic Samper, den wir wieder abgeben müssen, den wir gerade bekommen haben. Ah. Warum haben wir den denn? Warum haben wir den denn öppelt? Ja. Äh. Ich schließe ihn nicht am Stromnetz an, weil das Ding auch wieder so viel Strom sammelt. Äh. Hier können wir prinzipiell jetzt, ähm, aus den ganzen Drohnen, alter 3400 Rezepte. Das heißt, äh, knapp 1100 Bienen? Ne, das kann nicht sein. Ah! Monster! Was? Ähm, willst du mich verarschen? Töte sie! Los! Geh sie töten! Warte! Ich mach mir ein Schwert! Äh, dann mach ich mal eben aus der nicht vorhandenen... Hier, passt auf meine anderen Sachen auf. Fuck! Ja. Geh auf dem Sheet-Mod endlich raus! Baaah! Warum funktioniert die scheiß Tasten-Kombi nicht? Ja, gut. Weißt du, Vanilla Minecraft, Steuer und Kuh, Sachen rauswerfen. Ja. Be happy, Shift und Kuh. Wie ist das geil? Ja, das kommt von... Das kommt von Not Enough Items. Hier, da kriegst du... Kriegst du die ganzen Sachen. Pack dir doch hinter dir eine Kiste rein! Nein! Du passt auf die auf. Vertraue der Kiste nicht. Ich schließe die Kiste rein. Ja, kommt ran! Ich klatsch euch! Ah! Sie fliegen in den Untergrund! Ähm... Ja. Boah! Schieß halt nicht auf mich. Du mich auch. An die komm ich jetzt nicht mehr dran. Die sind verrückt. Ah! Ah! Wow! Warum schießen die mich ab? Ja. Gut. Auf jeden Fall im Genetic Sampler kann man quasi Bienen und Bäume und ich glaube auch Schmetterlinge rein tun und kriegt verschiedene Gene von denen zurück. Ähm, was für Gene das sind und so weiter, äh, gucken wir nochmal in späteren Aufnahmen. Boah, das ist jetzt... Das ist jetzt bitter. Die kommen nämlich nicht nach vorne. Oh Gott! Du schaffst! Du schaffst das schon! Ich glaub an dich! Ja, die eine könnte ich jetzt YOLO attacken, aber dann wär ich halt tot. Scheiß drauf! YOLO! Okay, eine ist tot. Selbstmordkommando mal anders, oder was? Ich verlos der Welt schon wieder! Äh, ja. Wollte ich grad sagen. Ähm. So, hallo. Ich seh dich zwar nicht... Äh, TP, 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 TP! Äh, ja, ich hab grad nen Creeper. Ich glaub, du wärst schon bei mir. Oh fuck! Nein, warte, ich sag, wenn ich respawn, okay? Bist du ready? Warte! Okay, 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 okay. Das Problem ist, ich hab Mob-Griefing noch nicht ausgemacht. Nein! Scheiße! So, jetzt, komm. Okay. Ah! Lol, jetzt baue ich auf einmal oben. Mann! Ist das lächerlich! Okay. Wir können theoretisch auch unseren Spawnpoint setten. Game rule, Mob-Griefing. False! Slash, Spawnpoint... Spawnpoint... Set? Ne. Set, Spawn oder so. Ne, Lalo, Set. Ne. Ah, okay. Ja, da ist jetzt ein Spawnpoint. Und meiner ist hier. So. Gut. Ähm. Ah, geil! Jetzt darf ich Death Points löschen. Gut. Genug Action für heute. Äh. Ja. Auf jeden Fall, der Genetic Sampler macht halt die einzelnen Samples. Und mit dem Genetic Imprinter können wir quasi die Samples wieder an andere Bienen reinspritzen. Boah. Als Beispiel die Rasse. So. Wo ist... Ah, da ist mein Quest. So. Wo ist... Ah, da ist mein Quest. Du musst die Nase hochdrücken, dann niest du nicht. Ja. So. Auf jeden Fall. Ähm. Genetic Imprinter können wir halt jetzt Gene reinspritzen, was wir jetzt machen müssen. Habe ich jetzt gemacht. Kostet auch wieder das Genetic Lab-Boer. Ähm. Was machst du da? Ähm. Mach mal bitte den Ofen und Holzkohle. Okay. Okay. Ja. Der braucht jetzt grad sehr lange. Theoretisch könnten wir den Ofen auch mit Lava powern. Echt? Das geht? Ja. Okay. Ach egal. Genetic Imprinter bleibt da jetzt stehen. So. Ich gebe halt deinen ab. So. Jetzt haben wir hier ein Lava Bucket. Okay. Was wollen wir denn da zuerst mitbraten? Äh. Der Eimer geht davon weg, das weißt du, oder? Nein, geht der nicht. Glaube ich. Spielen wir Vanilla? Pack da Holz rein. Wir haben ja noch Holz. Wir wollen ja eh Holzkohle machen. Frage ist, was mache ich jetzt mit der Lava? Kann ich die wieder reintun? Ne. War halt einfach am Eimer. Wir haben ja noch einen leeren Eimer, theoretisch. So. Auf jeden Fall, wir sind jetzt theoretisch soweit durch. Das einzige, was wir jetzt abgeben müssen noch, ist die Biene. So. Und die kriegen wir jetzt hier gleich raus. Boah, wir haben Holzkohle. Ui. Okay. Der Rocky Drone. Dann haben wir einen Junkler, oder? Das ist doch schön. Ja. So. Ich mache aus zwei Kohle mal, äh, Ding jetzt hier. Fackeln. Beziehungsweise, warum mache ich das eigentlich? Hier. Da. Und da. Du kennst ja F7 und dann siehst du es ja. So. Und die Rocky Drone ist fertig. Die müssen wir jetzt auch noch wieder abgeben. Und dann kriegen wir einen hübschen Junkler, oder? Der uns noch nichts bringt. Aber egal. Wir haben einen Junkler, oder? So. Dann haben wir jetzt die erste Reihe theoretisch fertig. Hier müssen wir 32 Holz abgeben, was wir nicht haben. Hm. Ist schon gut. Ich fange ja schon wieder an. Ähm. Hast du noch ein paar Fackeln über? Nein. Okay, ich mache nochmal zwei Fackeln. Äh, acht Fackeln. So. Weil, wenn du es so machst, ist das besser fürs Wachstum. Dann wachsen die auch nachts. Okay. So, dann muss ich dich mal kurz verbessern. Profi? Also. Äh, wir müssen einen Koppel abgeben. Ein Koppel, ey. Das ist zu viel. Naja. Können wir uns nicht leisten. Hast du eigentlich diesmal die Zeit gestoppt? Ja. Okay, gut. Das sind jetzt 10 Minuten. Okay. Ich vergesse immer die Zeit zu stoppen. Deswegen habe ich Lalas auch. So. Wir müssen 16 Gravel abgeben. Da bin ich theoretisch nebenbei bei. Nein, wir haben einen riesigen Baum. Wir müssen 32 Holz abgeben. Hast du so viel? Ich bin auf dem Weg dabei. Okay. Und wir müssen Comps abgeben. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne erst die besseren Solarpanel haben. Mit den 32 Holz. Ähm. Dann können wir es gleich ein bisschen schöner aufbauen. Ich habe 18 Holz. Ja, sammeln mal weiter. Und während die Bäume wachsen, entweder gießen oder Steine sammeln. Weil wir müssen noch 64 Steine braten. So. Aber wir haben echt schon ganz schön viel geschafft. Ja. Also jetzt merkt man so ein bisschen, jetzt wird das Ganze so ein bisschen entschleunigt mit Quests abgeben. Weil wir halt doch schon recht viel sammeln müssen jetzt. Ähm. Glücklicherweise haben wir ziemlich viel Strom angesammelt, was schon wieder fast leer ist. Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist bitter. Scheiße. Also. Der Strom ist wirklich. Wir haben jetzt noch 1,2 Millionen in Reserve. Und das geht noch in die, in den Sampler rein. Äh. Im Printer. Okay, gut. Das heißt. Steine sammeln. Willholz wolltest du? Äh. 32. Ich habe 28. Ja, dann sammeln noch mal ein bisschen weiter, bitte. Und ja, ich sage bitte. Zu meinem Bimbo. Äh. Tut mir leid, der muss zu sein. Ne. Lala ist natürlich nicht mein Bimbo. Ähm. Nein. Natürlich. Er steht unter meinem Bimbo. Äh. 12 Minuten. Hä? 12 Minuten. Ja. Es reicht, wenn du mir bei 15 Bescheid sagst. Äh. 12 Minuten. Drei. Vier. Fünf. Eih. Die Klappe. Nein. Ähm. Der Lalas hilft mir natürlich gerne. Und ich freue mich auch, dass ich mit ihm spielen kann. Einer. Denn es ist nicht ganz so langweilig, als wenn man jetzt alleine spielt. Ähm. Hat jemanden zum Reden. Das ist doch auch immer gut. Genau. Dann rede ich nicht ganz mit mir alleine. Dann denke nur die Hälfte der Weltbevölkerung, dass ich dämlich bin. Hahaha. So. Hey guck mal, ich habe ganz viel Holz für dich. Willst du Holz haben? Wenn es 32 sind, ja. Ah. Ich habe aber nur 32. Achja, PvP ist ja aus. Dein Ernst? Hahaha. So. Das heißt, wir können jetzt uns die... Solargeneratoren nicht holen, weil wir 64 Koppel brauchen. Das bringt mir ja theoretisch nichts, wenn ich den Chunkloader nehme, oder? Äh. Kannst ruhig nehmen. Dann haben wir ihn halt. Aber du musst ihn nicht abgeben. Dann sparen wir ein bisschen Lagerplatz. Also, wenn man die Quest erfüllt hat, kriegt man die nächsten freigeschaltet. Egal ob man die Belohnung angenommen hat oder nicht. 64 Koppel für die Solarpanels. Ja. Da muss ich eben die 32 Holz abgeben. Ah. Wolle? Man kriegt Wolle? Ah. Ah doch, stimmt. 64 gebratenen Stein. Cool. Äh. Sammelst du noch Koppel mit? Ja, ich bin dabei. Dann die ersten 64, die ich jetzt habe... Ja, ich investiere die für die Solarpanel lieber. Jo. Dann können wir nämlich die Dings aufbauen vernünftig. Die Bienen. Dann fangen die nämlich schon an zu züchten für die nächste Quest quasi. So. Aber ich wette, man muss noch mehr abgeben. Nein, muss man nicht. Cool. So, aber ich brauche jetzt mal mit deinen Stein, um eine Plattform zu bauen. Ah. Wie viele, hä? Wie viele? Alle. Die sind hart erfahmt. Ja, ich weiß. 20 Stück hast du in der Zeit? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wird halt krass. Ja. So. Bild aufs Wand. Ja. So. Oh. Ähm. Ja, wie bauen wir das am besten auf? Ich nehme den Fernis hier mal weg. Vor allem, wir sind doch blöd. Wir haben einen elektrischen Ofen und wir haben uns einen normalen Ofen gemacht. Alter, wie bescheuert sind wir eigentlich? Das passiert, wenn man spät nachts aufnimmt. Beste Idee war das? Deine. Ich wollte den ganzen Nachmittag schon aufnehmen. Ja, gut. Aber dann kam mir was in die Quere. Ja, ein anderes Spiel. So, wir haben hier eine Lampe. 15 Minuten. Gut. Aber ich will noch eben schnell die Bienen reinschmeißen. Ja, ja. Ich farme noch gerade bis. Okay, bis 64 mach ich nicht. Ich hab jetzt erst 30. Ja, wir müssen eh denn noch weiterfahren. Offscreen von daher. So. Äh. Das heißt, wir müssen jetzt. Honeycombs und Dampcombs. Ähm. Ich hab keine Ahnung, wo wir die Dampcombs herbekommen. Gut, bei Water. Frage geklärt. Ähm. Ne, warte. Ne, Rocky bringt uns auch nichts. Ich glaub, dann mach ich lieber so. Oder. Mundane. Die bringen uns gerade nichts. Äh. Mundane. Die bringen uns gerade nichts. Die bringen nur Rocky. Die bringt nur Damp. Na gut. Dann kann ich's so lassen. Also. Wenn ich jetzt hier die Bienen reinpacke. Sehe ich, okay. Sie arbeiten. Verbrauchen Strom und arbeiten. Das gleiche kann ich jetzt hier auch machen. Und hier. Und hier. Und hier. Nur blöd. Die brauchen eine Blume. Brauch ein Dirt. Haben wir noch ein Dirt über? Wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal in die Truhe. Okay. Da sind noch elf. Okay. Warte mal. Wie kriegen wir hier Dirt nochmal? Redstone Furnace. Ne. Ich tu da mal die Steine rein, die ich hab. 64. Ja. Wenn du noch mehr hast, kannst du den Pulverizer reinschmeißen. Einen. Ja gut. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Mal sehen was wir rausbekommen. Bestimmt ein Gravel. Ja. Gravel und Sand. Gravel und Sand haben wir da rausbekommen. Ich glaub ich sollte immer. Wir kennen jetzt die Blume langsam? Hallo. Ihr sollt die Blume again. No flowers. Offensichtlich denken die sich. Nee. Vielleicht weil hier kein Licht ist. Nee das ist egal. Ich stell auf diese Seite auch noch ne Blume hin. Okay. Die Blume wollen sie nicht. Aber die. Rassisten. Haha. Da sind wir schon wieder. Rassentrennung in Minecraft. Ja. Oh. Ähm. Ja. Ich hab grad den Dirt einfach mal abgebaut. Ja. Überhaupt nicht gefährlich oder so. Nee. Gut so. Auf jeden Fall die Bienen laufen jetzt hier durch. Wie man hier an diesem Progress Bar sieht. Und dann sterben sie. Und bis sie gestorben sind. Produzieren die theoretisch Honeycombs. Die wir halt. Für diese hübsche Quest brauchen. Um. Bratschen Upgrades zu kriegen. Und. Äh. Ja. Stein läuft durch. Äh. Den Gravel werden wir bis nächstes Mal hacken. Und. Ja. Die Bienen immer wieder reinpacken. Und ich glaub dann war's eigentlich auch was zu vorbereiten können. Äh. Und natürlich den Strom wieder. Vorlaufen lassen. Der jetzt eh grad schon wieder vorläuft. Jut. Und. Der gibt hier irgendwie nicht genügend Strom ab. Gut. Dann müssen wir uns bis zum nächsten Mal nochmal ein bisschen was schöneres überlegen. Haha. Wie wir diese Batterie hier einbauen und Co. Wir haben jetzt ja Steine. Stimmt Steine und Holz können wir noch vorbereiten. Du hast da wieder einen Kandidaten. Haha. Gut. Äh. Äh. Haben sie jetzt sogar schon eine Honeycomb. Gut. Dann. Äh. Lasst Bewertung da. Waaah. Und so weiter und so fort. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschau tschau. Tschaui. Tschaui tschuhausi tschuhausiarr Freud. Was ist dann Dick's Liegeman hat Pe sortie.